So, der Noob, der Noob, der Noob, der hat genug. Ja, nice, hab ich das auch sehr gewaltigt. Echt! Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Zack! Ich hab Fritz aus Bonn gemessert. Ich hab's geschafft! Ah, bin happy. Jetzt kann ich sterben. Ich muss mal gucken, wie der Ding hier erklärt. Ping, ping. Ah, der hat den anderen Fritz reportet. Was? Der Buka One, der Engländer. Ich hab das immer gewusst. Dass der Bauer schien, das ist ja jetzt haben wir ihm bereit. Was denn? Ja, wir haben es gewusst. Du bist scheiße. Was hast du gemacht? Was ist los? Verdammt! Wo wurde ich reportet? Da steht da im Chat, der hatte ich gerade gemeldet. Das ist nicht wahr. Lass mal gucken. Muss ich erst mal gucken. Da 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 da. Der Fritz Ospern. I report you, Mama. Was hast du in deinem Alter noch gemeldet, wa? Geil. Ich bin... Das ist ein Ritterschlag. Ja, ja. Moment. Scheiße auf den Ritter, du kannst doch auch nicht mehr zocken. Ach, da kommt doch sowas und nix. Ich hab schon so viele Leute gemeldet. Die haben weitergezockt. Oh, früher steht direkt die Militärpolizei. Da Woah- Da. Da tut, da tut, da tut, dun! Da tut...